Gut, das hätten wir dann schonmal geklärt. Du bist Deutschländer? Deutsch, ich bin Deutschländer. Gut, ich bin krank. Ja, ich muss unbedingt noch zum Friseur. Aber wenn wir das jetzt auch schonmal geklärt haben, wäre hier die Pistol Rounds nominiert. Bei mir kostet ein Haarschnitt 8 Euro, ich geh zusammen Typen auf Ere. Also sind Türken, nicht Typen. Aber der Türke ist bestimmt auch ein Typ. So ein Typ, ja. Alter. Ach so ein Ding ist das! Alter, okay, die haben so einen, ne? Sehr schön. Keller? Loll. Der hat extra die Waffe nicht mitgenommen auf Ere. Machen wir, oder? Jaja, der hat sowieso eine SG. Also ist schlecht für dich auch. Obwohl, für dich ist ja egal. Du bist irgendwas der mittleren Etage. Hä, wann hat der die Zombe geholt? Was ist los mit dem? Der spielt im Prinzip so schlecht, dass er schon unfeierbare Spielzüge für uns macht. Ah ja! Hab ich schon mal gesagt, ich weiß. Vombus wieder droppt. Der ist unten. Der Typ steppt wie ne Affe, das spielt glaub ich keine Rolle. Bei mir gab's halt nur sowas richtig gesundes Zeug. Ich hab immer noch so Hunger. Weil ganz ehrlich, ich werd auch von fast, also so vom Döner, ein Döner macht mich halt nicht mehr satt. Ich werd von nem Döner einfach nicht mehr satt. Und eine Pizza macht mich meistens eigentlich auch nicht satt. Ich kaufe mir auch immer zwei Pizzen. Ich kaufe mir immer zwei Pizzen. Ist so, ist so, das macht mich halt nicht mehr satt. Und dann, und gesundes Essen macht mich halt gefühlt noch weniger satt. Ja. Also so. Oh leut. Dieser Moment, wenn man in sein Gesicht guckt und dann diese eine Sekunde... Jetzt war's das für mich. Hab bei der Baustelle irgendwo. Aber weißt du das? Ich habe. Ja, das auch. Aber ich meinte halt eigentlich, dass hier irgendwo die Bombe lag. Das Thema und links. Dann hab ich... Dann hab ich halt... Alter, wie weit die weggeflogen ist. Dann hab ich halt so Hunger einfach noch auf was richtiges zu essen. Weißt du? Nicht irgendwie so einen Willen. Ja! Du wirst mich aber auch erstmal bei Twitch wieder anmelden. Wir reden hier von Twitter. Ähhhhhhh... Achso. Na gut. Warte, führen wir oder führen die Urusbo? Ähh, unentschieden. Bin vom Ranken übrigens höher als du ne, also will ich nur mal anmerken. Major, SeSager. Sehr schön. Hat er wirklich versucht mich mit mir in der Pump zu holen? Also, man kann ja traurig sein... Aber das ist eigentlich... Danke. Man kann ja traurig sein an sich, okay, aber das ist traurig. Du stehst, was ich meine? Ich weiß ganz genau, welcher Tag heute ist. Nämlich Freitag. Alles gut. Ähm, Achtung und Fack. Ich wollte eigentlich nicht mal sagen, dass heute Freitag ist. Ich wollte irgendeinen anderen Tag sagen. Ich würde mal sagen, man kann sich unterhalten. Ich würde so gern anmachen, Digga. Lass mal danach anmachen. Ich habe irgendwie keinen Bock mehr, dich hier so zu holen. Manche Leute haben einfach so an. Neonuar, ehrenhaft. Wenn ich dich als Teammate anschieße, ne, dann bist du gefühlt nach ein paar Schüssen down. Wenn ich jetzt in Close 1 gegen 1 gegen Gegner mache, ne, und den gefühlt 3000 Mal anhitte, dann ist der natürlich nicht down. Voila, sogar direkt bin ich tot gewesen. Ah, Lucky. Also, gerade hat sein Wallhack halt nicht. Lucky natürlich nicht, du bist deutsch. Du kriegst halt alles easy hin. Aber sein Wallhack hat gerade anscheinend nicht funktioniert, krass. Der Typ hat wirklich ne AWP. Also ganz kurz, ich bin dafür, dass wir noch ne Runde spielen. Du, dass keiner möchtest. Du, es geht nicht darum, was ich möchte. Es geht darum, was wir möchten. Mann, es geht darum, was du mir ist, ich halte mich da raus, ganz ehrlich. Als ob der da, als ob der da gewesen ist. Ähm, ich hab das anders gemacht. Und die Frage, also bevor er das sagen kann. Achso, ja, 10.000 Likes, 10.000 Comments, 5.000 Abos, ne. Alles klar, top. Also standardmäßig. Kannst du mich eben erstens noch einladen. Zweitens, ich bin deutsch. Tschüss, man sieht sich. Deutschländer. Jupp, ciao. Ciao.